Sag mal, Jürgen, jetzt müsst ihr Ballen, äh, Fußball, Euro ist doch jetzt Ball. Äh, jetzt, genau, jetzt Slowakei-Testspiel und dann geht's los. Äh, Italien oder Spanien, Hauptsache Madrid, genau. Wohl Spruch zwischen euch, der ist vom Lotharer-Ding, Emery. Genau. Ja, und Warten, ne. Wart hängen. Normalerweise, wenn du Warten hast, da bist du sechs Wochen lang nicht einmal im Ansatz. Aber Müller-Wohlfahrt, ne. Müller-Wohlfahrt, genau, wenn der das Ampelmänn legt, dann, der möchtest du den Cocktail. Drei Teile Anabola, ein Teil, egal was, oder Limette, das schmeckt. Immer die Russen fragen, Leute, ledig, ne. Ja, Ernährung, Ernährung ist, ne. Jetzt Hauptrunde, nukleare Küche und auch Rege, also Ausruhen. Entmündungsbecken, fertig. Aber die Slowake, die greife ich nicht an, weißt du, da steht hinten die Null, oder der Boateng. Ja. Verteidigung ist immer die beste, äh, sagt man's, Verteidigung, genau. Ja. Verteidigung. 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 Verteidigung.